Hallo Leute und recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Rage 2. Der Wahnsinn geht weiter und ja, ich würde sagen, ich bin jetzt gerade in dem Außenposten drin, wo wir in der letzten Folge gleich am Anfang gestorben sind und da würde ich sagen, schauen wir doch mal, wie es da weitergeht. Wir sollen alle Gonts erledigen oder Gont, keine Ahnung wie die heißen und ja, schauen wir mal, ob wir das Lager klären können, was wir alles Schönes finden, schöne Upgrade-Materialien und so weiter und so weiter. Und wenn euch die Folge gefällt, Leute, lasst mir doch einfach ein Like, Kommentar oder Abo da. Ihr wisst ja, Leute, Support ist kein Mord und mich freut es natürlich, wenn ich mit euch ein bisschen reden kann, wie euch das Spiel gefällt, was mir nicht gefällt, was euch nicht gefällt, was mir hier gefällt, was euch gefällt. Ja, ihr wisst ja, aber jetzt genug gesammelt. Ich würde sagen, wir machen weiter und jetzt sind wir im Fahrstuhl mal kurz hier hochgefahren. Okay, ein Overdrive korrekt, aber den brauchen wir jetzt nicht. Okay, eine Lagerkiste. Zweite Lagerkiste. Scheint schon ein bisschen Gristareal zu sein. Ja, aber G norwalk! Ja, Mann! Ja, Mann. Okay. 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 Ich füge einen. Komm mal um Munition. Da haben wir Munition. Ich glaube das war der Anfang. Hier sind wir reingekommen vorher. Ich füge ihn. Ich füge ihn. Ich füge ihn. Ich füge ihn. Genau. Wir lesen wieder. ich denke ich schon ab aber ich finde es gut dass sie ihm einen sofort energie zurück geben hier ist eine andere Kiste ja kiste auf ihr kisten kisten ja sehr schön fahrzeug upgrade jetzt schauen wir uns alle im lauf des spiels an ja Ok, läuft, würde ich sagen. Gibt es hier irgendwie einen Knopf? Ne, gibt es keinen Knopf. Ich weiß nicht, ob ich hier runter darf. Probiert es mir lieber nicht aus. Ich glaube hier waren wir schon, aber uns fehlt noch ein bisschen was. Uns fehlt noch ein bisschen was. Ich habe auf jeden Fall noch nicht alle Gegner besiegt. Da hinten waren wir auch schon. Da sind wir reingegangen. Ah, ja. Dort oben anscheinend. Aber hier hoch kommen wir ja glaube ich gar nicht oder? Hier wird es mal hoch gehen. Ah, ja. 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 Jetzt doch mal das im Online. die 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 nicht. Ja. Alter, die ist schon geschlüsselt. Alter. Okay, der haut richtig rein. Okay. Scheiße, wenn ich keine Munition habe, bitch. Ah, das muss ich halt alles nochmal machen. Scheiße. Scheiße. Ja! Das war's für heute. Das war's für heute. Mal schauen, ob ich gleich die Typen da oben machen kann. Das war's für heute. 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 Okay, die andere ist da unten. Das war's für heute. 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 Okay. Oh ey, der müsste doch da sein. Fahre mal hoch, schaue nochmal nach. Ding. Ist der unter mir oder was? Ding. Du musst es sein, aber wo? Ich weiß eben nicht, ob ich hier runterspringen darf. Ich hab keinen Bock, nochmal neu anzufangen. Ah ja, okay. Ah, okay. Jo, Baby! Doom Slayer Peak. War gar nicht so schlimm. Der Außenposten ist jetzt sauber. Hab die Arschlöcher ins Jenseits befördert. Ich gebe es weiter. Die Handelskoalition wird es dir danken. Sehr geil. Zu einer Handelsstadt. Ich hab ja noch keine Handelsstadt. Ist das das Problem? Banditenunterschlupf. Da könnte man gerade ja mal hinschauen. Das Glück ist dir holz. Oh, Gott. Ich habe ja schon gemacht, oder? Ich würde es 준. Okay. Untertitelung. BR 2018 Was mir noch fehlt, ist eine Karte oder so. Das wäre richtig gut, wenn jemand eine Karte an der Seite wäre. Was ist mit dem Auto? Mein Auto hätte sie runtergefallen oder was? Sind aber eh schon da. Das wird, denke ich, mein Außenposten sein. Das ist ja blöd, wenn ich keine Granaten mehr habe. Das ist ja blöd. 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 Das war's für heute. Ah, kriege ich schöne Materialien. Ah, jetzt haben wir Granaten wieder. Aber wo kriegen wir die denn? Ich habe jetzt da gar nicht irgendwie aufgepasst, wo man die herbekommt. Oh, muss noch irgendwo einer sein. Ah, hier ist noch eine Kiste. Dann noch drei. Oh, das ist ein Fahrzeugkonvoi. Ah, okay. Ich muss wahrscheinlich dann irgendwie so ein Rennen oder sowas machen. So, jetzt wollen wir die restlichen Kisten aber noch haben. Hier müssten noch drei Kisten sein. Aber wo... Hier noch eine. Die haben wir auch. Zwei Kisten noch. So, jetzt sind wir keine Kisten. Oh, du bist jetzt in Ordnung. Ah, da ist er. Okay. Eine noch. Eine noch. Na, wo ist der letzte? Okay, kann man nicht hoch. Das wäre ja cool, wenn ich dir die Küsten anzeigen würde. Aber hier oben war ich doch eigentlich schon. Hier war da nichts mehr. Die haben wir. Hmm. Keine Ahnung, wo die Kiste sein soll. Hier waren wir auch schon. Hier hinten vielleicht. Nö. Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung, Leute. Ja, haben sie blöd gemacht, wenn ich hier das so gut versteckt. Kommen wir in die rein. Wird hier auf der Karte aber auch nicht angezeigt. Ja, super. Ich hab kein Fahrzeug. Okay. Lagerkisten Eine Lagerkiste brauche ich noch Hier irgendwo versteckt ist auch nicht Ah warte mal wir gehen mal da hoch Da könnte es vielleicht sein Boah Hot Top Gut Leute dann würde ich sagen Machen wir auch Schluss mit der Folge Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen Hat eigentlich schon Spaß gemacht Und wenn ihr Bock habt Seid natürlich gerne wieder in der nächsten Folge Dabei würde mich sehr sehr freuen Lasst beruhig ein Like, Kommentar oder auch Abo da Alles gern gesehen Bis zur nächsten Folge Euer Andi Bis zum nächsten Mal